Mit einem zweiten Tunnel am Gotthard wird der Verkehr zunehmen und das wird schwerwiegende Folgen für das Tessin haben. In Tessin haben wir schon jetzt viel Verkehr, der durch die Süd-Nordachse geht. Das können wir nicht noch mehr Verkehr haben, weil sonst haben wir schwerwiegende Folgen für die Umwelt und für die Gesundheit der Bevölkerung. Wer solidarisch mit dem Tessin sein wird, muss gegen den zweiten Tunnel sein.